Scharladane, Betrüger und Diebe werden nicht nur immer dreister, sondern auch gefinkelter in ihren Methoden, um an Daten und damit auch an fremdes Eigentum zu gelangen. Das ist aber nicht auf den Betrug im Internet beschränkt, sondern kann auch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt passieren, denn die Bankomat- und Kreditkarten in der Geldbörse sind nicht sicher. Der moderne Dieb greift nämlich nicht mehr ausschließlich mit dem geübten Griff in die Tasche des Opfers, sondern er bedient sich verschiedenster Geräte, um an die begehrten Daten, etwa einer Kreditkarte, zu gelangen. Konkret heißt das, dass beim Einkauf oder beim Spaziergang Geld und Kreditkarten ausgelesen werden können, ohne dass dies schnell bemerkt werden kann. Die FPÖ schiebt dieser Methode nun einen Riegel vor und stellt den Bürgern einen sogenannten RFID-Blocker kostenlos zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitskarte, die man zwischen maximal 10 Kredit- und Geldkarten im Geldbörsel steckt, am besten ganz nahe zu den schützenden Karten. Alle Karten in Abstand von bis zu 4 cm Radius sind so vor elektronischem Auslesen geschützt. Hol auch du dir die FPÖ-Sicherheitskarte und schütze dich gegen Datenklo aus deiner Brieftasche. Jetzt gleich gratis anfordern und zwar unter www.fboe.at-sicherheitskarte. Mit uns bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.